Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV, hier bei München TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die Pflegepersonen von Bürokratie zu entlasten. Überall wird geklagt, dass die Bürokratie überbordet, dass die Pflegedokumentation zu aufwendig ist. Hier muss man ansetzen. Hier gibt es ein gutes Modellprojekt, das in den letzten Jahren, Monaten und Jahren erprobt wurde. Rido-Dok heißt es. Es ist sehr wichtig, dass wir gerade bei den ganzen Pflegeberufen wieder darin zurückkommen, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass Menschen anderen Menschen helfen. Und dieser Bürokratisierungswahn in der Pflege muss eingedämmt werden. ISA 2, Gunt Remmingen, Grafenreinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Das kann nicht sein, dass die großen Atomkonzerne, die jahrelang mit der Atomkraft ihre Millionen und Milliarden verdient haben, sich jetzt auf einmal aus dem Verkehr ziehen. Sondern das ist dann auch deren Aufgabe, ehrlich gesagt. Weil wir als Bevölkerung tragen eh schon das Risiko. Und wenn sich jetzt ein Unternehmen da einfach aus der Verantwortung stiehlt, finden wir das nicht in Ordnung. Die Gesetzeslage ist so, dass das momentan nicht möglich ist. Und es wird auch nicht möglich sein. Die Konzerne müssen die Kosten selber tragen. Deswegen, wie gesagt, den Sinn des Antrags der Freien Wähler habe ich selber nicht verstanden. Und das war es schon wieder von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns kommende Woche wieder hier bei München TV.